Moin Moin, Servus, Grüß Sie und Hallo und Willkommen zu einer neuen One-Up-A-Day-Folge. Wer hätte das vor einiger Zeit noch für möglich gehalten? Netzclub hat eine eigene App und um genau diese Android-App soll es heute gehen. Wenn es jetzt meinen Computer nicht haken würde, so, jetzt habe ich die technischen Daten für euch. Größe 15 MB, erforderliche Android-Versionsnummer 6.0 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 1.0.1. Und jetzt hakt der Computer schon wieder. Och Leute, ich glaube, ich pausiere mal und spreche gleich weiter. Und bei 87 Gesamtbewertung eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Mein Netzclub gibt es jetzt als App. Netzclub wisst ihr, oder wisst ihr auch nicht, ist dieser Tarif, der sehr reizvoll ist. Weil gratis gibt es 200 MB. Früher gab es auch nochmal andere Tarife, inzwischen nur noch diesen mit dem Gratis-Datenvolumen. Ja, 200 MB sind nicht viel, aber für geschenkt immerhin. Sie haben auch noch Tarife, wo man Geld einwerfen kann, aber da gibt es doch von anderen Anbietern andere Alternativen, sage ich mal. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, es geht um die App. Ihr könnt das Guthaben, könnt ihr aufladen per Guthabenkarte, monatlicher Bankeinzug, kostenlose SMS, die man sehr einfach über die App versenden kann. Checkt deine Inklusivleistung. Man sieht noch die verfügbaren Minuten SMS, beziehungsweise Einheiten, beziehungsweise das verfügbare Datenvolumen und das aktuelle Guthaben. Und man kann auch den Tarif verwalten, also Tarifwechsel, Zusatzpacks dazu buchen oder die persönlichen Kundendaten einsehen. Funktioniert einwandfrei, funktioniert sehr gut und schade, dass es die App nicht gleich von Anfang an gab. Aber jetzt ist sie ja da, schon eine ganze Weile. Ich habe nur noch nicht darüber gesprochen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und Bye Bye. Zuhören, Tschüss, 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 Tschüss.